Hallo, heute beim Ein-Minuten-Star Sarah Alles. Hallo Sarah! Hi! Wie geht's dir? Na super, wenn ich dir begegne? Ja, dankeschön. Sag mal, dich kennt man ja vor allen Dingen auch vom Drehen. Was drehst du denn so? Im Moment, Wilsberg, da bin ich Kommissarin Isabel Wolfangel. Okay, aber Synchron machst du ja auch. Was ist denn im Realbereich zum Beispiel zu nennen? Ähm, vielleicht im neuen Blade Runner haben mich einige gehört. Oder bei Once Upon a Time in Hollywood. Oder bei Navy CIS. Oder CSI, glaube ich sogar. Ja. Und Zeichentrick oder Anime? Mach ich natürlich auch. Zeichentrick. Kennen mich einige doch noch als Mathilda von Kleiner Drache Kokosnuss. Okay. Oder Kontrastprogramm Tokio Ghoul. Und Sven, ich muss dich jetzt leider verspeisen. Äh, okay, das war's dann wieder. Ich muss schnell gehen. Ich schalte ihn wieder ein, wenn es heißt, der Ein-Minuten-Stag. Tschüss.